Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs beitreten. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Tritt bei, trat bei, ist beigetreten. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich trete bei. Du trittst bei. Er tritt bei. Wir treten bei. Ihr tretet bei. Sie treten bei. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich trat bei. Du tratst bei. Er trat bei. Wir traten bei. Ihr tratet bei. Sie traten bei. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich bin beigetreten. Du bist beigetreten. Er ist beigetreten. Wir sind beigetreten. Ihr seid beigetreten. Sie sind beigetreten. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich trete bei. Du tretest bei. Er trete bei. Wir treten bei. Ihr tretet bei. Sie treten bei. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich trete bei. Du tretest bei. Er trete bei. Wir treten bei. Ihr tretet bei. Sie treten bei. Den Schluss macht der Imperativ. Tritt bei du. Treten bei wir. Tretet bei ihr. Treten bei sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verbbeitreten. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.zzapp.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. Bis zum nächsten Video, euer Team.